Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kern in Österreich und heute Aragog im Verbotenen Wald. 195 Teile für 20 Euro, LEGO Harry Potter Set Nummer 76 434, zwei Minifiguren, in dem Fall Harry und Ron und halt eben der baubare Aragog, die Spinne. Sonst gibt es da eigentlich nicht großartig was dazu zu sagen, würde ich behaupten. Und dementsprechend lasst uns gleich mit dem Bauprozess starten. Viel Vergnügen! Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.